warum der wwe ring auch diesmal eingesperrt werden musste die wwe hat eine neue superheldin ob hypnose voodoo motorenöl oder längst vergessene freundschaften super nikki ist es egal letzte chance erneut vorbei drew mcintyre kurz vor der 3mb reunion das und das ein oder andere mehr gibt es jetzt und hier und wie immer top motiviert in der spot fight raw review ihr hört den spot fight podcast den wrestling podcast mit wrestlern journalisten und experten wir diskutieren über wwe monday night raw und wünschen euch jetzt viel spaß beim zuhören es war die große bunte money in the band booking show es war das beste hell in a cell money in the bank raw 2021 aller zeiten hell in a cell ist schon wieder geschichte drei stunden spaßiger nicht sagenhaftigkeit sind vorüber und der wwe zuwischen wieder fleißig am rollen hin zu neuen zielen und wir rollen da natürlich mit namentlich ich weil sonst würde ich das ja gar nicht sagen und der andere den ich da schon kurz gehört habe es ist der steel cage zu meinem hell in a cell ich begrüße den mann für den drew mcintyre auf seine letzte chance verzichten würde ich begrüße den herrn flöte ein wunderschön was auch immer deine introductions sind ja großartig muss man schon mal sagen ich habe das auch probiert ich bin kläglich daran gescheitert aber marcel ich habe mache mir echt sorgen heute weißt warum ich weiß es nicht deswegen frage ich mach bloß ja heute gibt es fünf fünf horrifying matches fünf money in the bank ich war verzweifelt weißt du ich habe ich habe drei blöcke zur verfügung für fünf matches was mache ich denn jetzt ja da kommt das nimmst du mir das vorweg ja ja also das ist ja ein skandal und da gab es noch eine hellne cell match auch noch im main event ich sage es mal so marcel deine struktur ist komplett im arsch ja die unverlobte struktur das glaubst du mal einmal meine struktur das wird das klappt wirst du gleich sehen ich habe mich perfekt vorbereitet du nicht na gut aber können wir sagen es gab deutlich weniger filler man hört und staunt zugleich es ist wirklich was passiert mein lieber schwacher pay-per-view starkes raw das ist hier die frage das werden wir jetzt gleich mal sehen und ganz klar ist auf jeden fall wwe ist aufgefordert nach einem schwachen pay-per-view jetzt endlich zu liefern denn die fans kommen zurück es war der letzte pay-per-view ohne fans mein lieber das heißt wir starten jetzt in eine neue ära endlich ja wir starten in eine neue ära und wir müssen noch mal das tippspiel erwähnen es tut mir so leid aber wir müssen sagen wir haben das tippspiel verloren gegen team rjw wir sind manns genug das zu sagen und auch zu gratulieren herzlichen glückwunsch liebe aew leute von herzen mit schmerzen so ein bisschen vor allem möchten wir noch mal unseren sieger huldigen das war der smart mart der hat sich mittlerweile bei mir schon gemeldet der möchte gern von dem shaggy eine nachricht vorgelesen haben und weil ich morgen shaggy in nxt übersetze wird sie dann leider leider erst nächste woche geben aber dann ganz bestimmt herr flöter warum haben warum haben sie nicht besser getippt naja ich habe ganz ordentlich performt ich habe gehört ich hatte einen partner an meiner seite der jetzt nicht ganz so erfolgreich war beim tippspiel ich habe es vergessen irgendwas mit mit m ich habe drei punkte drei von acht ist besser als zwei von acht zum beispiel das ist absolut richtig müssen es ja auch positiv sehen das glas ist halb voll mein lieber ja ja flöter weißt du weißt du eigentlich welcher tag heute ist es ist dienstag der 22 6 20 21 es ist onion ring day natürlich der tag des zwiebel rings ja hast du welche dabei nee habe ich nicht aber ich habe nicht vorbereitet aber ist lecker ja aber bevor wir jetzt loslegen wir haben ja unsere 300 likes geschichte 300 daumen nach oben hat wieder nicht geklappt letzte woche ich weiß nicht was da los ist ihr müsst euch anstrengend 300 likes flöter singt den theme song von naya jacks der tut so als hätte er spaß dabei er singt auf sechstisch und klatscht und stampft dazu im rhythmus und flöter ich werde die steaks noch mal erhöhen wenn ihr es diesmal schafft 300 likes dann denkt er dabei an dominic mysterio halte ich mir doch die rippen dabei mensch beim klatschen das wird super ich bin ja langsam ich bin ja langsam auf den trichte dass wir das einfach umdrehen sollten ja wenn wir wenn wir jetzt hier drohen würden dass ich das mache wenn wir die 300 likes nicht erreichen dann wird es vielleicht besser aber wir probieren das noch mal so du bist ja der chef ich bin der chef wir machen das noch mal ihr schafft das 300 likes jetzt ihr macht auch jetzt abo in diesem moment wir können das überprüfen genau jetzt und wer jetzt ein abo macht der kriegt noch mal applaus von flöter und dann würde ich sagen ja fangen wir mit rohr an rohr war nach helene cell helene cell hat uns nicht so ganz so gut gefallen auch mir leider nicht das könnt ihr in der review noch mal hören die haben wir live gemacht nachts ich würde voranfangen wir haben in dieser rohr folge so zwei drei einspieler gesehen zu einem gewissen jonathan zina john zina war vertreten hat das was zu bedeuten glaubst du jetzt das ist ja schon wieder so eine frage natürlich hat das was zu bedeuten das weiß doch jeder das pfeift es doch von den dächern ja natürlich wird werden wir john zina sehen genauso wie wir höchstwahrscheinlich noch mal prog lesner sehen werden in der nächsten zeit und das ist auch gut so da wollen doch das wollen doch alle jetzt irgendwie ich habe immer gemeckert wenn sie alte leute wieder ausgegraben haben die beiden sind ja jetzt noch nicht so alt also die können wir schon noch im ring stellen und die haben halt einfach name value ja und john zina in special match match vielleicht auch in the rock gegen the reigns wird ja immer wieder gerüchtet bei wrestlemania das nimmt doch jeder mit größer das ist money match das ist big time feeling das ist das was wir gerade manchmal nicht haben mein gott dann go for it und ganz ehrlich diese brock lesner hater jetzt im ernst der typ kommt und die ratings gehen nach oben das ist immer so das war immer so das wird auch diesmal so sein und bitte macht das ja ich habe ja eine spezielle brock lesner theorie da komme ich gleich vielleicht noch dazu aber john zina das scheint jetzt die bestätigung zu sein dass es da gespräche zumindest gibt und vermutlich wird er sein match haben und ich freue mich da auch drauf fangen wir mit der show an block eins wie es mit den verteidigt habe den champs nun weitergeht denn wir hatten sowohl die männer als auch die frauendivision vertreten die champions ja das heißt so ja die koffer hängen oben ja die money in the bank koffer es muss wohl auf den nächsten paper wozu gehen gleichzeitig hängt oben noch der helen nacelle käfig das heißt wir sind mitten irgendwo im nirvana irgendwo zwischen zwei paper views gefangen ja machen wir parallel welt wir machen erst mal fallout zu helen nacelle und dann gehen wir später rüber zu money in the bank das ist meine struktur bobby lässt die und mvp kommen zum regen natürlich mit fünf chicas begleitet es ist die vip lounge mit sofas mit shampoos alles im ring aufgebaut wird noch mal erwähnt dass du übrigens zu schlecht war beim helen nacelle und jetzt kann er bobby nie mehr herausfordern leider leider dafür kommen dann aber nie der heraus und sie haben für das gewisse wortspiel toast mitgebracht es flogen toasts ich glaube flöter das war das highlight von raw bis dahin das highlight ja das öffnungssegment oder die chicas ich habe ich habe ganz gut gefunden wie der kommentar das verkauft hat als sie da rauskommen ja lashley und der anhang lashley's lovely ladies das ist astreine doppelte alliteration mein lieber passend zu den zwei casting couches die da stehen du hast es gesagt und naja ich fand schon lustig also er hat ja nicht gesagt dass du jetzt schlecht war er hat ja gesagt er hat mich jetzt schon ans nimmens gebracht aber es hat halt wieder nicht gereicht so gut kann man schon machen und dann wie gesagt eine flasche shampoos die stand da gekühlt aber da stand ja schon gläser habe ich gedacht wäre sonst ein bisschen wenig gewesen weil waren ja wieder zwei alphameter und fünf mädels und das mit dem toast das war natürlich ein tolles wortspiel hallo herzlich willkommen im kindergarten die clown nonsens geht wieder los sagt dann der kommentar und das habe ich auch gefühlt ja new day kommen da rein und kleine randbemerkung von mir wenn das flirt business bei den feierlichkeiten nicht gestört werden will dann sollte man diese feierlichkeiten vielleicht nicht live vor allem noch millionen publikum in einer wrestling tv show mit einem ring durchführen das nur am rande jedenfalls hat ja kofi kingston bobby lashley geschlagen vor einigen wochen darum ging das jetzt und naja aber moment da muss ich doch sofort mal reingrätschen weiß ich habe mich ja erst mal gefragt da kommt da raus der redet da redet da sofort davon der kofi dass er jetzt hier besiegen wird den lashley und das das noch größere verstörende war daran dass lashley auch noch sagt ja ja okay ist halt so habe ich was so passt dann nehme ich das halt so hin da bist du jetzt der nächste gegner hat man doch gar nicht gesagt bis dahin hat man doch gar nicht eingespielt was da passiert war im monat davor ja der mvp der wollte das ja auch gar nicht aber bobby lashley hat sofort akzeptiert als wenn er gewusst hätte was kommt ja kofi kingston hat in meinen augen ja tatsächlich eine gewisse anspruch auf dieses titelmatch und das möchte er auch gerne haben und er möchte es nicht heute haben und auch nicht morgen und auch nicht nächste woche er möchte es für money in the bank in vier wochen haben und du sagtest schon bobby lashley sagt ja und damit ist das match jetzt fix macht sinn ist jetzt nicht vielleicht der mega liebste gegner den ich da so habe wir haben ja bei himmessage gesprochen ja du hast du hast ja schon ein bisschen orakel dass das passieren wird und jetzt kaufe ich auch langsam die erklärung die du vor zwei wochen angefangen hast man hat ja so ein bisschen was aufgebaut zumindest ganz ganz am rand ja denn mvp mit kofi und der immer gesagt hat naja was willst du denn mit den woodstar und und überhaupt du könntest champion sein bist aber dich hat halt gründe so also man hat hier schon ein bisschen aufbau gemacht ich muss auch wirklich mal sagen das war mal gar nicht so durchsichtig dass ich jetzt fort davon ausgegangen bin dass sie das wirklich tun ist natürlich ein übergang klar ist kofi kingston jetzt großer contender neben aktuellem aufbau nicht man hat ja aber noch paar wochen andersrum muss ich auch hier wieder ein bisschen kritisieren ich meine das jetzt gar nicht so negativ wie das jetzt vielleicht klingen mag aber auch hier warum muss man denn im ersten segment nach dem pay-per-view schon wieder das main event oder das titelmatch für den nächsten pay-per-view klar machen wir haben doch keine reite ja nein das muss doch flott passieren ja kofi kingston also es ist schon in ordnung und ist dieser diese saat ist ja gesät dass kofi kingston vielleicht dann doch zum flirt business überwechselt was ja auch eigentlich wäre es okay ich würde mich fast freuen aber ich will eigentlich all time nicht dass sich new day jemals splittet das darf gerne team sein was für immer bestehen bleibt aber zumindest dass man so ein bisschen zweifel hat das finde ich ganz gut dass man damit spielt und man spielt damit dann weiter denn xavier wutz der ist ja auch mit dabei der soll nicht eingreifen sagt bobby leschte weil wir möchten ja gerne one on one haben bei money in the bank und deswegen möchte bobby ihn heute gerne verprügeln und wenn wir doch schon zu faul waren hell in a cell abzubauen dann lasst uns das doch jetzt einfach heute auch als ein hell in a cell match machen warum auch nicht herr flöter ja warum auch nicht das habe ich mir auch aufgeschrieben naja auch hier hat man zumindest meine ansatzende erklärung ja man sagt mvp läschle die halten halt wutz für einen clown das hat man jetzt halt aufgebaut so ganz am rande habe ich gerade erklärt und dementsprechend das greift man hier auf und wo es sagt dann ne 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 moment mal da bin ich gar nicht das werde ich dir jetzt heute zeigen und gut wenn da halt ein käfig rumhängt dann machen wir halt das was mit dem käfig das ist ja dann halt so und musste man die koffer für money in the bank wieder abhängen damit der käfig runter konnte das habe ich mir auch gefragt wie man das machen will aber hat irgendwie funktioniert ich finde es halt schon interessant dass man jetzt läschle auf einmal als fighting champion hinstell ich meine der ist ja immer ein hiel der ist ja ne chicken war noch nie okay aber er ist ja eigentlich hier und sagt jetzt auch hier wieder ja ja okay machen wir halt lustig dass es dann später noch mal einen einspieler gab wo man dann sieht wie bobby läschle sich ein bisschen warm macht und dann wird es auch einmal verkündet jetzt ist es offiziell war es für mich in dem moment aber gut das ist halt so ein problem andererseits muss ich aber auch hier sagen ganz ehrlich das ist jetzt auch wieder so ein match wo ich sage das ist jetzt für ein hell in the cell vom stellenwert vielleicht auch nicht unbedingt passend also das ist jetzt das vierte hell in the cell innerhalb von vier tagen wieder mit einem mitkader weiß ich nicht da störe ich mich ein bisschen dran da würde ich sogar so weit gehen und möchte schimpfen also klar freue ich mich drüber ich selber würde es im spotlight geben klar aber hell in the cell kann man es eigentlich noch mehr entwerten also jetzt noch mal bei bei raw eben noch mal so raushauen nachdem das bei smackdown schon auf kritik gestoßen ist und ich nehme es vorweg es wird ja jetzt auch kein fünf sterne klassiker in diesem hell in the cell nur weil da eine zelle gerade hängt muss ich das nicht machen das muss was besonders sein das muss einmal im jahr sein ja und das zweite wie sich xavier wutz darauf gefreut hat der hat ja der hat ja fast gejubelt dass er mit bobby läschle in hell in the cell gehen konnte das war doch früher immer so dass hell in the cell das schlimmste ist was passieren konnte da bist du da ist ein bloß nicht bitte nicht ich will nicht sterben wie kaputt machen die dieses konzept also carrier shortening match hat dann uns immer verkauft und jetzt machen wir noch eins kommt eins geht noch eins geht doch noch das mag doch auch noch mal machen lass doch einfach hängen das ding naja man munkelt ja es gibt ja aussagen darüber dass der sender jetzt nicht so glücklich darüber war das ist ein hell in the cell bei smackdown gab und man deswegen jetzt noch mal eins gemacht hat bei raw ja wenn das der grund ist da kann ich jetzt gar nicht so viel an wie wir eh kritisieren außer dann macht es halt nicht bei smackdown dann müsst ihr es auch nicht bei raw machen dann muss dann muss smackdown aber auch eine puppe lily kriegen finde ich das also gerechtigkeit muss bestehen egal wir sind immer noch in block eins hängen geblieben wir sind jetzt bei den weiblichen champion damen ja da sind adam pierce und sonja de vil im regen ich sage schon mal vorweg das war jetzt vielleicht nicht ganz so toll was wir da gesehen haben und die sagen ja hier brutality kommen wir haben die etwas mitzuteilen die kommt raus und die frage ist halt wie konntest du dich nur freiwillig disqualifizieren lassen bei hell in the cell so etwas macht man doch nicht ja macht man doch eigentlich nicht und riah ripley sagt aber ja aber die charlotte die macht das doch auch ständig ja und charlotte die kommt dann raus charlotte gefällt das sogar wie schlau riah ripley war also sie bestätigt sogar ja das war ein toller move dass du mich da kaputt gehauen hast woraufhin ich meine die q sie bekommen habe ich bin zwar nicht champion geworden aber das werde ich ja früher später und natürlich beim rematch und dieses rematch wird natürlich bei money in the bank sein weil wir wollen ja unsere beiden top titel jetzt schon mit auf die karte mal in den bank packen und das haben wir nach ich glaube 20 minuten raw hier mit erfüllt ja herzlichen glückwunsch schön dass wir das gemacht haben das ist auch wieder das ist genau dasselbe was ich gerade schon gesagt bei den männern warum muss man denn jetzt direkt wieder das match ankündigen für für ein pay-per-view ganz ehrlich dieses segment das war halt wieder so ja wir haben noch ein paar minuten lasst da mal schnell noch was machen dann können wir die wenigstens zeigen ansonsten ist ja nichts passiert ja also die hat man nicht noch mal gesehen in der show es ist was passiert es ist das match das frauen match für money in the bank festgelegt worden in zwei minuten es ist sehr viel passiert aber auf einem sehr erbärmlichen wege eigentlich ja erbärmlich trifft es ganz gut und auch hier wieder also ganz ehrlich dass man jetzt ria ripley dafür dafür kritisiert dass sie die champions entwandt schnutzt ich also ganz ehrlich normalerweise müsste man ja an wwe stelle verkaufen dass das nicht gewollt war ja sondern dass das halt im effekt passiert weil die ist doch die ist doch fest ja die warum die macht das ja nicht wie ein absicht das ist halt passiert die hat das ding ins gesicht geworfen diese pappe da und dann hat man sehr disqualifiziert oder ist jetzt aber unglücklich drüber das wäre ein faceproof der nicht kaufen würde aber wir haben ja schon festgestellt bei der review so richtig facie ist sie nicht ja und dementsprechend wird es aber auch schwierig mit schad irgendwie zu connecten weil es toll und sie hat es auch noch mal bestätigt dass es toll war was sie da gemacht hat ja komplett vertrete rollen ja also kann man jetzt kreativ nennen oder einfach anfallslos es ist geht beides ja hätte jetzt nicht gebraucht hätte man auch nächste woche machen können wir haben vier roars zeit bis zum money in the bank das war das erste man hätte ja auch trotzdem noch mal zumindest eine woche oder so na das war die große ankündigung für die dann die gesamte authority herausgekommen ist weiß ich auch nicht warum die dann jetzt da waren aber ist ganz wichtig ja und davor angestrengt diskutiert haben und auch hier muss ich schimpfen wenn ich doch schon sage das geht doch nicht dass du dich hier disqualifizieren lässt und dass charlotte dann nicht champion wird das geht doch nicht dann liegt doch nichts näher als ein no dq match oder ein match von wegen dq und der titel wechselt dem besitzer das wäre doch das wäre doch das allerlogischste gewesen aber es ist ja auch money in the bank und nicht no disqualification deswegen können wir das nicht machen weil der pay-per-view nicht so heißt oder wie oder was ja naja da gebe ich dir vollkommen recht weil da kommt ja noch ein punkt dazu ja wir hatten ja auch diese andeutung mit de vil und charlotte dass da irgendwas die wurden ja die wurde ja gefeatured muss man schon so sagen ja das hat man nie aufgelöst man greift es aber auch nicht mehr auf ich habe gedacht okay dann macht es wenigstens jetzt also dann fängt man sogar an und kritisiert erst mal die eigentliche beliebte wrestlerin das hätte gepasst wenn man jetzt das thema wieder aufgreift dass der will ja irgendwie mit charlotte was am laufen hat aber man tut es nicht das ist das ist komplett vergessen die suspendierung und warum die wieder aufgehoben wurde hat man nie erklärt nie warum tut man das nicht jetzt hat man schon dieses segment will das machen aber man greift es einfach nicht auch man hat es einfach vergessen ist ja schon sechs wochen her oder so das wissen die leute nicht mehr wissen die leute nicht mehr hätte man vielleicht aber einspielen können wie man sonst auch macht sorry aber vertanen chancen das ist glaube ich der punkt den wir hier gerade feststellen kann ja durchaus sein dass nächste woche noch mal sondern der will rauskommt übrigens habe ich letzte woche vergessen no die q das kann passieren das möchte ich jetzt nicht und ich bin auch dabei so okay machen wir lieber block zwei denn wir sind jetzt eigentlich fertig mit dem helen es fallout oder zumindest vor dem letzten helen es was dann gleich noch kommt sondern wir sind jetzt schon in money in the bank oder wird fleißig qualifiziert die männer sind gefordert wer wird mr money in the bank teilnehmer und da haben wir drei matches auf der card gab für drei freie plätze bei money in the bank hätte man natürlich auch ein bisschen über die wochen verteilen können aber die wwe sieht dazu dass die letzten zwei folgen vom pay-per-view nicht sagen sind dass man da rematches macht damit man die leute langweilt damit die dann möglichst gehypt sind für den pay-per-view irgendwie so ich weiß es nicht jedenfalls aj styles gegen ricochet das war unser erster qualifier ja wir sehen was ein bisschen wie aj und omos vorher mit den viking raiders am rumgängen sind also da wird zumindest ein bisschen die tag team division noch etwas gepflegt ansonsten passierte dann nichts später kommen dann die viking raiders in diesem match dann sogar auch an aber sie wollen omos attackieren random der zu dem zeitpunkt gar nichts macht der einfach nur rumsteht der rastet dann selber aus und haut sich durch die absperrung durch war ganz nett brauchte es nicht aj ist natürlich voll abgelenkt und ricochet gewinnt nach zehn minuten der flöter was ich als eine ziemliche überraschung ansehen ja überraschend schon aber auch eher deswegen weil man ihr ricochet jetzt nicht wirklich aufgebaut hat und ich sag's jetzt doch mal also aj erzählt uns jetzt hier erst mal hey ich bin zwar tag team champion aber das ist gar nicht so wichtig ja stellenwert und so sondern ich mache jetzt hier mal singles und werde mal schnell money in the bank gewinnen und dann werde ich schnell champion und dann kümmere ich mich wieder um die raiders und um die titel so kann man natürlich auch ein championship abwerten ja also im sinne von okay das wird halt nicht und vor allen dingen ja so indirekt aber wirklich sehr aufs auge gedrückt indirekt ja sowas gibt und das ist ja nicht der einzige punkt der nächste punkt ist ja gleich hey diese ricochet der hatte doch eigentlich gerade eine fehde mit jamis was ist denn damit schon wieder hat man auch vergessen jamis dem hat vielleicht nachher noch mal ja aber ansonsten dem ist das auch vollkommen egal ich mache jetzt hier halt money in the bank und gehe halt gegen aj der eigentlich tag team macht ich sehe da so ein paar dünne ja lücken und dann ne wie sagt man denn so ein sehr dünnes roster gerade und da habe ich mir ja gefragt okay warum warum macht man denn halt diesen tag team title dann eigentlich so wie man es gerade macht und das gehört ja eigentlich gar nicht rein weil hier geht es eigentlich um die money in the bank aber irgendwie hat es doch rein weil im endeffekt das ist immer noch der fucking tag team champion das ist immer noch der der lange auf den titel gehalten hat den haupttitel und der geht jetzt hier gegen ricochet der eigentlich überhaupt keinen aufbau hat weil er ja den aufbau nie zu ende bringen konnte gegen jamis zwei gute performa fein super kaufe ich sofort wenigstens mal grund warum was passiert es geht um man in the bank alles super aber dann hat man wieder ein ergebnis wo ich sagen muss das kaufe ich nicht das kaufe ich einfach nicht warum sollte jetzt ricochet trotz abdenkung warum interessieren sich die raiders für almost was gesagt absoluter käse ja das match eigentlich an sich okay aber ich werde damit nicht warm dass da sind wir zu viel lücken einfach im aufbau oder zu viel unerklärte sachen die da passiert sind im vorfeld jetzt kann ich sagen okay ich nehme jetzt das was kommt es ist neu zeit wir haben es angekündigt wir gucken jetzt auf war und da geht es wieder von vorne los aber manchmal fällt es halt schwer die wochen davor waren hart für alle es ist für alle die sechste stunde und da ist auch wohl fürs booking team ja die detektivision immerhin heißt das ja dass wir dann vermutlich ein tag team match kriegen in irgendeiner form wir haben das gleiche problem bei smackdown wo die mysteriös tag team champions sind wer das schon wieder vergessen hat ja da wird sich nicht mehr ändern freuen wir uns für ricochet freuen wir uns auf schöne flippy shit moves an im helen selben eben im money the bank matches jetzt fange ich schon an das verwurstet mein gehirn komplett das ist da gehört ja auch hin ja das ist das ist das ist das ist okay da kannst du reinstecken mit ein bisschen aufbau als müssen ein bisschen mehr push wäre es noch sinnvoller gewesen und vielleicht nicht unbedingt gegen aj ja dann warum denn aj also warum muss ich den opfern aber da kommen wir später noch mal zu die ak bros waren jeweils auch in einem qualifying match dabei da sehen wir kurz wie sie ein bisschen rumgängen paar burger king witze machen oder zumindest riddle macht das orten eher nicht so riddle ist voll happy orten würde riddle fertig machen in diesem match wenn die beide in einem match stehen würden so ist dann die ist das verteilt ich wollte eigentlich was ich damit sagen wollte ist das sollte sollten sich beide für money the bank qualifizieren dann würde randy orten riddle fertig machen das soll ich damit sagen so jetzt haben wir das noch mal gerade gerade gerückt randy orten gegen john morrison war das qualifying match misspultet da das war wieder ganz witzig da kann man mit seinem rollstuhl raus und mit den dripsticks und alles dabei john morrison die haben einen plan erzählt er uns die haben einen plan eine strategie hat er uns erzählt hatten sie auch gegen die zombies und was hat es gebracht nicht so viel john morrison war ganz gut dabei im match eigentlich vergessen wir eigentlich immer schnell was das für ein guter wrestler ist der john morrison also der könnte auch heute noch gerne in eine top storyline entwickelt werden und nicht immer mit dem miss das ist vielleicht auch mal irgendwann ausgelutscht ja miss der drip stick dann irgendwann also irgendwie seine wasserpistole die dann auf randy orten macht und randy orten ist natürlich abgelenkt geht ja gar nicht dass man da wasser spritzt auf so eine schlange und aber ein randy orten wird halt nicht eingerollt der versuch war da aber nein hat das klappt nicht riddle kommt dann zum retten es gibt eine kurze verfolgungsjagd scooter gegen rollstuhl das fand habe ich dann wieder geliebt am ende aber starship pain randy orten verliert john morrison gewinnt und ich sage erneut das war eine überraschung herr flöter ja war es auch also hätte ich jetzt auch nicht getippt genauso wie bei aj und ricochet davor das ist schon richtig die frage ist halt nur will ich man in den bank groß verkaufen oder wenn ich ja eigentlich gerade irgendwie so die restaurante machen ja 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 wir haben ja vor paar wachen schon drüber gesprochen morrison ist im ring absolut guter man ja hat hat auch wieder keinen aufbau das da deckt sich das eigentlich das gleiche was ich gerade bei aj ausgesagt habe wir haben ja wieder diese tagteam verwurstelung und tagteam ist irgendwie nicht wichtig im gegenteil man deutet hier so ein bisschen an schon wieder dass da ja schon wieder probleme sein könnten bei rk pro bitte nicht ja mach das doch nicht was soll denn das warum kommt denn jetzt der riddle da reingescootert um miss zu jagen das kaufe ich zu not auch noch aber dann warum jetzt muss der nächste ort da verlieren das ist doch jetzt worden verliert ja aber gut ich habe schon angedeutet da kommt nachher noch was warum man das wahrscheinlich tut es ist ja und da habe ich eine gegenthese kann ich jetzt schon sagen aber weißt du was wie echt was wie echt irgendwie irritiert hat der randy ne ja der lässt den jotty zwischendurch mal auf das pult fliegen und mit dieser pappe da kriegt da was ab da wird man beim paperview für disqualifiziert habe ich gelernt und jetzt ist das okay man darf sich damit hauen das ist doch das alte wwe wenn man selber mit irgendwas haut also wenn ich jemanden mit dem tisch haue dann wird auch disqualifiziert aber wenn ich einer durch haue dann ist okay macht keinen sinn aber so sind die regeln glaube ich naja gut ja hatten wir nicht vorher hatten wir nicht vorher das segment mit ria ripley wo erklärt wird das ist nicht okay da war aber werbung dazwischen ja du hast recht du hast recht was immer recht ja das letzte qualifying match das war das mit abstand beste ein wirkliches hochwertiges match riddle gegen drew mcintyre wo kommt er denn auf einmal wieder her guckt euch den rücken von drew mcintyre an der mann hat wirklich gelitten in dieser zelle wir sehen vorher noch mal wie er mit adam pierce und sonja de vil am gängen ist die ihm sagen hör mal du musst heute nicht kämpfen das wäre völlig okay wenn du aua hast brauchst du nicht aber natürlich drew mcintyre will kämpfen und warum will er kämpfen weil vincent churchill auch gekämpft hat irgendwie so ja und ja und deswegen wird auch gekämpft und es werden 23 minuten in dem match es war wirklich ein sehr hochwertiges match riddle kann absolut top wrestle dann will ich mehr von sehen das wäre natürlich um da jetzt schon mal ne ne erzähle ich gleich ich will ja gleich meine bobby rock kommt gleich also orton kommt natürlich irgendwann zu diesem match dazu aber er schleicht sich rein er ist die walter er irritiert nicht es gibt ein claymore in eine bro mission aber drew hat ja gesagt er gibt nicht auf hat deshalb ordentlich aufgegeben was er stattdessen wird er wird eingeholt drew mcintyre wird wieder eingeholt genauso wie in einem hell in a cell match ja drew mcintyre wird einholen 23 minuten und riddle schaltet drew mcintyre aus ist das eine überraschung erflöter du mit einer überraschung weißt du was das problem ist ja ja das ist schon richtig der matchausgang ist schon überraschend ja andererseits ist auch richtig ich habe mich erst mal gefragt warum mcintyre jetzt schon wieder money in the bank qualifier steht der hat doch gerade der also wenn er jetzt money in the bank also der darf doch gar nicht aber egal naja kann man machen ja will in die zukunft schauen hat er uns gesagt vorher okay ja wegen mir mit vincent churchill begründen ist doch okay riddle kommt zumindest wieder mit vögeln ja das habe ich zur kenntnis genommen und er hat diesmal nicht nur ein ak pro t-shirt an sondern hat auch eine tasse und hast du gesehen was der mcintyre mit der tasse gemacht hat das war nicht in ordnung der hat die tasse von der von der von der treppe gestoßen das ist ja noch ein niedrigerer move als wenn cesaro den rodens vom schul schubs bei dem respektor und das geht überhaupt nicht match natürlich absolut fantastisch statt man kann ja von meckenthal halten was man will das war ja auch beim main event bei held is cell wieder zu sehen der typ kann doch ja der ist halt nur einfach gerade nicht heiß weil er über strapazitiert schrappazitiert so heißt das ja so das ist das einzige das match war gut sage doch gar nichts dagegen was ich aber wieder kritisieren muss und das ist halt wieder dieser dieses problem mit den einrollern ja wenn man das einmal macht in diesem match kauf ich ja wenn man das aber in jedem qualifier match begründet mit oh das ist aber ein upsets ja hier habe ich jetzt ein upsets ja dann war was verwässer ich das halt also das hätte ich jetzt gekauft wenn man das davor nicht gemacht hätte mit ricochet und mit dem anderen qualifier nein ja aber lass doch einfach mal match lean zu ende gehen warum denn nicht muss doch nicht immer ein das ja ja das ja aber jetzt mit dem verwässern da möchte ich widersprechen denn money in the bank ist dafür da um leute hochzuholen die noch keine stars sind oder aktuell keine stars sind da brauche ich kein joe mcintyre drin da brauche ich ein riddle drin da brauche ich ein ricochet drin ja und da brauche ich ein john morrison drin weil das sind sachen wenn die den koffer gewinnen das wäre interessant und wäre was neues insofern ist das okay kann man machen so und jetzt kommt meine ne warte mal kurz das gebe ich dir ja und auch dass das mcintyre da nicht reingehen sollte so aber bevor du jetzt an deiner theorie kommst ja was dann später passiert das verstehe ich ja wieder nicht denn mcintyre hat gerade der hat ja eh keine chance mehr hat jetzt gerade das qualifier match verloren und weißt du was dann passiert er kriegt nächste woche noch mal ein letztes chance qualifier match gegen die verlierer von heute gegen aj gegen randy umhör auf ja natürlich großes match ja natürlich das chance triple threat match der verlierer es ist erneut das ist das zweite last chance match für joe mcintyre nächste woche ja damit werden ja die qualifier matches von heute ein wenig egal oder so halb egal zumindest da wird sich einer von den don noch qualifizieren meinetwegen ja meine theorie ist jetzt nicht so groß ich hätte sie gar nicht so groß aufbauschen können aber wäre das nicht toll wenn joe mcintyre money in the bank gewinnt weil dann könnte ja dann brock lesner der kommt ja bestimmt sowieso zurück und brock lesner gegen bobby leschte will ja keiner sehen da könnte doch dann joe mcintyre sich ein cashen in bobby und brock und die beide gleichzeitig besiegen vor fans bei summerslam dann hat er seine revanche gegen alle alle sind happy und dann kriegen wir rematches flöter naja aber wir können auch wir können auch joe nicht nicht auf der kart haben das ist ja das würde auch gehen ist halt nur die frage ja was was ist jetzt mit dem koffer also angenommen bobby bleibt jetzt champion und drew cash dann gegen bobby ein wäre das erlaubt rechtlich rechtlich ja aber eigentlich auch nicht weil er darf ja nicht mehr gegen lashley aber wenn er ein cash ist es ja sinngemäß mindestens ein trippel strat habe ich das richtig verstanden das heißt er könnte ja dann den dritten mann pin und es könnte mir egal nicht sein ehrlich gesagt also es ist eine rechtliche graus ohne eigentliche und es ist einfach nächste woche das last match an lastigen aber lass mal jetzt ist es ist zwar nur ein block aber ganz ehrlich das waren jetzt drei matches auf sehr hohem niveau das kann man nicht eins auf wirklich sehr hohem niveau und zwei auf hohem niveau fand ich ja das kann man so sagen und das waren auch alles mit namen die man gerne sieht und auch das riddle gewinnt das feiere ich doch das ist doch alles in ordnung wegen mir auch ricochet mit ein bisschen mehr aufbau habe ich vorhin gesagt ich kaufe die story ja was ich nicht kaufe ist warum macht man das denn jetzt innerhalb von nicht mal drei stunden das waren eine halbe stunden gefühlt ja nach dem pay per view macht das doch über die wochen hinweg freunde macht das doch einfach ein bisschen länger dem schließe ich mich an dem schließe ich mich an bei den frauen hatten die übrigens noch weniger zeit damit sind wir bei block drei die frauen sind gefordert tag team action für die doppelte portion money in the bank mitmachen denn da bekamen wir jeweils tag team matches damit wir zwei auf einmal qualifiziert haben weil wir haben doch keine zeit herr flöter und das erste war iva marie und piper niven oder wie sie jetzt offiziell heißt do drop sie ist jetzt do drop naja das hat man ja noch nicht gewusst zu dem zeitpunkt ja also jetzt weiß man das da gab es ja eine promo die war großartig ja iva marie da letzte woche die hatte eine erkältung gehabt ne husten hat sie gehabt und fingernägel und fingernägel und bevor sie keiner antritt hat sie halt die andere reingeschickt lustig fand ich die ankündigung vorhaben da stand nämlich nur iva marie und ihre partnerin das war nicht für sie heißt jetzt weiß man ja die ging jedenfalls gegen asca und naomi und das ist auch schon wieder so eine sehr wilde konstruktion wie ich finde das integrierte tag team naomi und asca natürlich also naomi kaufe ich ja sogar noch weil das ist ja diejenige die letzte woche gejobbt hat für do drop ja also piper niven richtig das ist ja irgendwie noch okay aber das mit asca habe ich nicht ganz verstanden weil asca ist ja eigentlich hatte die ja so ein bisschen was mit nikki cross so war der vor dem title picture hatte mit naomi jetzt mal überhaupt nichts zu tun und übrigens naomi hatte ein valides tag team mit lana die ist halt nicht mehr da dummerweise ja gut da fehlt das sind halt diese logik lücken die ich meine da haben wir es wieder da muss man schon ein bisschen was erklären ja das mache ich jetzt aber nicht das nehme ich einfach so hin ich hinterfrage nicht die haben gekämpft und do drop hat natürlich gekämpft iva marie geht nämlich raus die kann nicht kämpfen übrigens do drop wenn jetzt der fünf sterne christ da wäre der würde das astrein runter rappt das kann ich nicht ich kann nur do drop sagen do drop do drop das kann ich sagen der tau tropfen das ist ein wortspiel für alle das lieferstehen ich habe gegoogelt was es heißt ist natürlich anders geschrieben weil wwe lässt sich da nicht lumpen ja mit wortspielen ja das ist irgendeine irgendeine glaube ich bezeichnung aus dem baseball irgendwas ich weiß ich weiß ich habe es nicht verstanden ist mir auch scheiß egal das heißt einfach tau tropfen hat alles geschrieben ja der der deswegen hat die auch blau an ist doch ganz klar die traut tau tropfen und die ist blau egal also sie kämpft iva marie geht raus will nicht kämpfen aber in dem moment wo do drop naomi kaputt gemacht hat taggt sich iva marie ein und würde gerne pinnen der pin geht aber nicht durch iva marie würde sich wieder gerne austacken weil wir wissen ja sie möchte nicht kämpfen aber du drop macht das nicht mit sie springt vom apron iva wird gepinnt das etablierte tag team asuka und naomi geht zu money in the bank und ja es wurde auch mal zeit dass wir du drop und iva marie splitten oder da zumindest ein wenig krise reinbringen hat ja schon lange gekrise also doch da gibt es jetzt für nächste woche irgendwie so ein bratsch match ja wir haben jetzt über ein paar wochen darüber philosophiert ist das jetzt phase oder ist das jetzt heal was die iva marie macht ich glaube ihr könnt jetzt sagen das ist eher heal ich habe mir vorher notiert ist das ist eindeutig heal ja ja naja ich habe mir vorher notiert also ganz ehrlich eigentlich müssen die beiden ja jetzt klar gewinnen alles andere wäre ja eigentlich käse weil du hast ein zusammengewürfenes tag team mit asuka und naomi naomi hat letzte woche eine minute gekriegt gegen gegen du drop ja okay das muss doch jetzt klar gehen und dann ist ihm aufgefallen beim booking oh das ist ja jetzt blöd weil wir wollen ja die beiden eigentlich gar nicht bemanen die bank also müssen wir uns was einfallen lassen warum das nicht geht und deswegen müssen die sie jetzt schon wieder uneinig sein und du drop ist nicht so dumm wie sie guckt ja also das ist muss man ja sagen wie gesagt eine fantastische wrestler wer die nicht gesehen hat vorher macht es nicht an diesen namen fest gibt denn die chance ja also die die kann wenn sie will die hat auch einen schönen cannonball zum beispiel gezeigt und die hat eigentlich auch am anfang ganz gut dominiert und dann kommen halt kommt da dieses segment als eva marie sie einfach eintaggt und halt den pin nicht durchkriegt die story ist jetzt schon scheiße bringen wir es auf den punkt ist jetzt schon scheiße aber was macht das denn finden sie die riecht die mit und dann nach einer folge roh oh ne doch nicht kommt die 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 mögen sich nicht ja vielleicht wird es weitererzählt wir wollen ja nicht vorweg greifen wir gucken uns das ein wir warten die großen handelschläge ab wichtig ist dass asuka und naomi eben man in der bank ladder match drin sind das war das fazit des ganzen und dann bekamen wir unser zweites match es war auch ein tag team match wir sehen erst mal im backstage shana basler naja jacks reginald das triangle of dump nennen wir es jetzt einfach mal sie sind wieder da irgendwas ist da passiert letzte woche die sind ja oder oder bei mal über helen cell die sind ja alle durch die bank drum hypnotisiert worden und jetzt erkenne ich so manche logik lücke ich möchte dir vielleicht nicht so weggreifen aber alexa alexa bliss hat sich überlegt ich würde gerne ein mann in dem bank koffer holen und ich würde mit diesem dann gerne einen gürtel holen und ich weiß nicht warum sie jetzt nicht einfach alle hypnotisiert dann würde sie die auch kriegen und warum will die überhaupt ein gürtel haben und was macht sie egal sie ist jetzt eine tag team wrestlerin auf einmal und ja und nikki cross ist jetzt eine superheldin ja aber nikki cross ist ja eine alte freundin ja das muss man ja auch sagen also das haben sie auch vergessen hat man gesagt ja ja aber noch mal zu dem zu dem gang segment vorab ne das ist ja schon lustig also erzählt uns jetzt die hat doch shana basler erzählt uns die hat ja vor nichts angst der ist das komplett egal aber dann stellen diese drei sherlocks doch tatsächlich fest hey irgendwie irgendwie stimmt doch mit der alexa was nicht ne also meine herren wo waren die die letzten eineinhalb jahre geistig abwesen höchstwahrscheinlich dann hätten sie vielleicht mitbekommen dass da irgendwas mit dieser bliss nicht aber recht dort ist ja naja gut was wir machen nikki ist halt jetzt batman oder sowas oder vielleicht auch super nikki also das ist super nikki das war zwar ein bisschen komisch und irgendwie wirkt das sehr merkwürdig aber lass die mal mighty molly gab es und jetzt ist ja shades of shades of molly und überhaupt das ist ja jetzt also ist ja jetzt eigentlich das was eva marie sein wollte ne stimmt es passt das hat die ww nur vergessen zu erzählen das kommt für nächste woche naja gut aber ist immer ehrlich das ist halt auch wieder diese kindergarten zielgruppe die man gerade bedient mit diesem match und ich habe es vorhin angesprochen also alexa und nikki das ja das kann ich mir ja noch hin konstruieren aber eigentlich hätte nikki und 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 asuka ja mehr sinn gemacht weil die haben ja schon das hätte auch keinen sinn komm also warum ist denn jetzt also erst mal alexa bliss warum will die überhaupt mit irgendeiner zusammen kämpfen und nikki cross warum hat die vergessen dass die alexa bliss nicht mehr mag dass die story war zu ende die haben sich gesplittet getrennt die mögen sich nicht mehr und und selbst wenn warum will sie jetzt alexa bliss nicht wieder zurückholen das war ja ihre story das darauf setzt sie auch nicht an nein die sind jetzt tag team und alexa bliss die wrestle ganz normal die die kriegt einen move und rollt sich nach draußen raus damit die im ring weiter kämpfen können das ist jetzt eine tag team wrestlerin geworden auf einmal und offensichtlich eine eine die die irgendwie face züge hat das verstehe ich auch nicht aber na gut wenn nikki jetzt superwoman ist ist dann jetzt alexa spider woman das habe ich nicht verstanden sie hat wieder einen komischen wort gemacht zum tag geil ja da habe ich schon ein bisschen gefeiert dann das fand ich schon gut übrigens ich habe auch ich habe das jetzt durchschaut das gimmick soll ich dir das mal erklären das ist eigentlich ganz einfach denn es war ja auch wieder reggie der hat ja wieder mein gott der hat ja wieder war ja wieder hypnotisiert beim ersten mal konnte gerade noch so aufgehalten werden beim zweiten mal nicht mehr da hätte es wieder fast eine backpfeife gegeben das war ja ein großes dick aber weißt du warum das passiert ich habe es durchschaut es ist ganz einfach reggie hör zu jetzt du darfst der alexa einfach nicht auf die großen augen schauen ja immer wenn das immer wenn das jemand macht immer wenn auf die augen geschaut wird auf die großen auf die zwei kula augen dann gibt es probleme dann gibt es probleme das ist nämlich das ist hier die einzige begründung warum wir eineinhalb jahre fiend oder zwei jahre fiend story hatten deswegen weil man der nicht auf die hupen gucken soll so gut aber ich habe noch gar nicht gesagt das ist doch die spannung gerade wer kommt denn jetzt meine bank darum ging es doch erst mal sage ich noch mal dass elizabeth eine neue musik hatte kann man auch mal machen fand ich gut also reggie nennt halt wieder voll hypnose am start schayner haut dann fast naja aber unhypnotisiert ich glaube das war nur so so wrestling mäßig aus versehen reggie haut dann fast aber nur fast naja also er lässt sich nicht mehr ganz hypnotisieren naja naja war glaube ich auch zwischendurch hypnotisiert und ich weiß nicht ob das voodoo war da wurde wieder gemirrert ja aber am ende umarmen sich naja und reggie da hatte ich ein bisschen tränen im augen und um das noch zu erwähnen schayner wird natürlich eingerollt das ist klar naomi doch das war doch kein ein oder das war minimum instagram gradle oder la marisal ja ja das läuft ja ich sehe da ich sehe da improvements ja gut dann wurde sie nicht eingerollt dann wurde sie mit einem rusty move besiegt wichtiger ist dass naja jacks quatsch dass nikki cross also super nikki im money in the bank ist und das alexa bliss im money in the bank letter match ist ja sie hat es geschafft ja spider moment und super moment in einem match du hast gerade von verwässerung geredet ja nö nö ich akzeptiere das so asker gewinnt das egal so rapid fire flöter bist bereit tamina jinder und jackson kommen jetzt geil ja so jetzt kommt so ein anpass segment da möchte ich gar nicht viel zu sagen weil diesmal sind es natalia und tamina die beim fotoshoot sind und nandy und dana machen jetzt den lärm im ring ja wie letzte woche nur genau andersrum wollen die wollen mich verarschen also da war wahrscheinlich noch eine seite skript von letzter woche übrig und der assistent vom headwriter hat dann einfach mal suchen ersetzen gemacht ein bisschen wörter gesucht und ausgetauscht und dann kommt der große payoff raus es war genau das gleiche nur andersrum und ich weiß nicht und ich glaube many rose ist jetzt fast glaube ich wo der fucking zwölf meine herren du machst das hier wieder kleiner als es ist sie sehen extra noch mal das von der vorwoche da wird es auch jeder versteht und wir sehen noch mal helden ist der kick auf ja das war ja ein großes ding und du hast und wir kriegen jetzt termina gegen den abruck nee da haben sie doch mal einen rausgehauen ja vielleicht das interessiert ja jetzt jemanden wenn man das noch mal macht nur andersrum das ist eine murder story und du redest das hier klein so weiter geht es ich dachte du wolltest das noch analysieren nein du sagst nur dass ich scheiße rede naja okay mache ich manchmal auch naja das nächste der mob der mob beschwert sich jinder mahol ist damit sein genossen jason james alessander ist da jeff harley natürlich sogar sheamus ist da unser us-champion alles top stars die sich nicht in den money in the bank matches wiederfinden also in den qualifikationsmatch sie wurden nicht berücksichtigt vor allem sheamus als champion sollte doch automatisch qualifiziert sein sagt er aber adam pierce und sonja de wild haben sich das halt weise überlegt nein ihr seid halt nicht dabei ja und ganz witzig weil das sheamus halt auch wegen seiner nase konnte er natürlich kein match verteidigen kein kein titel verteidigen wäre aber trotzdem im match dabei also das passt ins gimmick fand ich gut und jinder mahol der droht am ende damit die teilnehmer kaputt zu machen ja muss man jetzt viel sagen dazu also ich fand ja die idee mit dem alternate gar nicht so schlecht ja also das ist ja quasi der nachrücker falls jemand ausfällt das lässt ein paar stories offen ja jetzt kann man rein der rotiere doch schön aber halt vielleicht wenn man jetzt ein normales turnier hätte so ein karat zum beispiel 16 karat wegs weh ja da gibt es das auch da macht man alternate matches wer das gewinnt das ist der nachrücker falls sich einer verletzt oder ausfällt nehme ich doch ja warum denn nicht da kann man erklären ja warum noch jemand reinrutscht da kann man ein bisschen was machen die nächsten wochen das sind jetzt aber alles kandidaten wo ich sage möchte ich gar nicht ja dass die jetzt da ein rutschen dann vor allen dingen hat man zu dem zeitpunkt eben noch nicht angekündigt dass es eben dieses loser match nächste woche geben wird wo dann wieder einer doch noch reinkommt da würde ich mich ja als alternate das fragen ja warum sind wir jetzt da nicht die ersten die da einrutschen noch wenn da noch ein platz offen ist weil die haben ja schon verloren also gut die nummer mit jamis habe ich vorhin schon mal angerissen finde ich nicht gut erzählt weil im endeffekt er hat eine story mit ricochet und umberto ja das spielt jetzt hier überhaupt keine rolle mehr das haben die beide vergessen jamis kann es ja egal sein der hat seinen titel noch aber er hat es ja so erklärt dass er es nicht kann er hat ja nase ja aber man hat es ja nicht erklärt warum ricochet jetzt da money the bank kriegt obwohl er halt da eigentlich eine story das da sind wir ein bisschen zu hinterher konzentrieren seine fühler nach allen richtungen aus der muss ja nicht daraus sein ja ja wie sagt jamis jamis war ganz lustig in dem segment jinder mahall und cedric alexander und metali da war dann aber jinder mahall war der hast du als erster gesagt und wer ist aber ehrlich was wird ne glaube ich nicht ich glaube die stecken metali rein weil der macht dann wieder crazy shit mit der leiter und dann ist gut ja crazy shit mit der leiter gab es nicht aber es gab eine geißelung eine selbstgeißelung von jackson reicher der steht da und verkloppt sich so ein bisschen selber mit so einem strap ja das ist vielleicht der fetisch von manchen von mir nicht mensur der kommt dann vorbei der hätte gerne einen ratschlag wie man denn so in der wwe so umgeht da geht der backstab so ein bisschen umher und fragt und will lernen und jackson reicher sagt ihm du sollst niemals einen feind laufen lassen weil doch elias immer weggerannt ist und wir erfahren es gibt ein strap match nächste woche zwischen elias und jackson reicher dann sehen wir noch kurz wie ali vorbeischaut hör mal wie kann das denn sein dass uns alle den spot hier klauen also das finde ich eine gute nebengeschichte die erzählt wird weil ali ja auch so einer der verzweifelten ist ja und vor allem hat man ja uns erzählt dass jackson reicher ja jetzt ein veteran ist wie wir alle wissen ja der hat ja auch keine angst vor nix deswegen strap match ganz klar da kann der andere auch nicht weglaufen das verstehe ich kann man schon tun ist halt nicht so groß dass man dann ist man hätte doch man hätte doch hell in a cell machen können der hängt doch da noch dann kann der auch nicht wegrennen ja oder nicht ja ja heat hell in a cell vielleicht irgendwie sowas naja aber das macht man nicht ich finde es ganz lustig dass jetzt jackson reicher offensichtlich nur veteran ist und usa retter sondern er ist jetzt auch noch immigranten beauftragter bei wwe kümmert sich jetzt auch noch um die nicht integrierten so wie ali das halt sieht okay man hat halt ein paar sachen wieder zusammengeworfen ich finde aber ali und man sucht die story gar nicht so schlecht also da kann man schon was mit machen und ali gefällt mir eigentlich in der rolle und man sucht kann auch noch von profitieren das mit jackson reicher das vergesse ich aber auch ganz schnell wieder ja das war unser rapid fire wie immer sehr zügig und quasi ohne zu nah darauf einzugehen habe wieder gut gemacht der flöter stehen kurz vor main event wir stehen vor dem vierten hell in a cell match in vier tagen glaube ich ja guter schnitt eigentlich main event block ja käfig runter quoten rauf soll es heißen das werden wir dann noch abwarten wie die quoten dadurch gestiegen sind xavier woods gegen bobby lashley das ist ein kaliber was man natürlich in hell in a cell sehen möchte vom match selber ja eine ansetzung gerne xavier woods hat jetzt die letzten wochen gezeigt dass er wirklich gut wrestlen kann auch die mit riddle und so oder das war schon gut das fand ich ganz gut und ich der gefällt mir auch das finde ich echt gut aber dass er jetzt in diesem match eine chance hat da habe ich jetzt nicht so unbedingt mit gerechnet und für das war übrigens ein non-title match um dem ganzen noch mal ein bisschen mehr spannung zu verleihen natürlich natürlich war das noch title was denn sonst naja das match schmarr halt selber da kommst du gleich sicherlich drauf das war halt auch mehr in street fight als nettle salvage das man hat sich überstrapaziert man hat halt dann okay da es gibt dann ein punkt am ende da kommen wir noch mal drauf warum der käfig sinn gemacht hat aber ich generell habe ich einfach ein problem damit warum ist mit kader wie wutz ja der hat zuletzt ordentlich abgeliefert er ist trotzdem mit kader ja warum kriegt da jetzt dieses match warum ist das main event weil er es gesagt hat er ist ausgegangen hat es gesagt deswegen kriegt er das als ich kritisiere ich doch nicht mal aber dann stell doch nicht new day als die voll deppen da die haben sagen gelangt aus die tag titel verloren ja das hat die dich interessiert das waren die diejenigen die sie dann nicht durchsetzen konnten als es umgegen einen neuen shot zu bekommen das ist denn alles egal jetzt kriegt kofi halt ein titelmatch bei pay-per-view und wutz kriegt ein main event bei raw voll deppen ja aber ganz ehrlich nee das passt vom stellenwert halt nicht und das schlimmere daran ist das match ist an sich gar nicht so schlecht ja das kann man schon gucken nur ich kaufe nicht dass in bobby lashley der gerade alles und jenen besiegt hat natürlich wurde eingegript aber ist mir wurscht aber der hat letztlich quasi die letzte chance vereitelt und jetzt geht dagegen selber wutz und braucht da relativ lang für selber wutz sieht nicht mal schlecht aus dabei kann man so machen ja man hätte ja auch für ihn anders machen können weißt du wer mir dann in sinn kommt da gibt es so eine nette man drew mcintyre der hätte doch jetzt eigentlich einfach noch eine chance nee was ich ja sagen möchte ist ja das das match an sich ist nicht falsch und auch die ansetzung kann man so machen wenn man nicht die wochen davor dieses 50 50 wischi waschi booking macht ja mit dem beteiligten es war einfach wieder zufällig angesetzt irgendwie nur das gibt jetzt kein tief also mal gucken wie das jetzt mit kofi kingston weitergeht also es kann ja sein dass der das jetzt zum anlass nimmt so wie es gelaufen ist dass er dann vielleicht doch zum herd business überwechselt mal gucken also es ist nicht ganz random aber es ist natürlich kein hell in a cell würdiges kaliber muss man sagen ansonsten nur weil das gut halt egal so das ist ja die überschrift ansonsten nur weil dann hell in a cell käfig gerade hängt also es bestünde jede woche die möglichkeit ein 60 minute iron man match zu machen da hindert die keiner dran oder ein loser eats dog food match würde auch jede woche gehen aber nur weil es möglich ist sollte man es nicht tun wenn jetzt natürlich der sender druck gemacht hat okay dann mussten sie es so machen ist jetzt auch nicht so verkehrt weil für den moment habe ich mich gefreut bobby lashley ballert natürlich los und hat auch spaß dabei wird am anfang stark dargestellt und natürlich ist auch er auch wenn man das nicht sieht von seinem helen in a cell match gegen mcintyre angeschlagen also es ist jetzt kein frischer bobby lashley der da reingeht deswegen ist das okay dass auch xavier wird seine momente kriegt es gibt einen kleinen stuhl fight es gibt den klassischen flug von bobby lashley dann in den turnbuckle rein woraufhin xavier woods dann tatsächlich seine chancen hat und auch loslegt die werbung ja die werbung killt dann dann das momentum natürlich also wenn es gerade wieder richtig hoch kommen sollte dann ist halt wieder unsere datzen werbung die wir so lieben dafür ist die halt da die werbung und lashley ist danach dann wieder dominant es gibt ein elbow durch den tisch der dann auf einmal da stand von woods an lashley was mich ein bisschen gestört hat bobby lashley hatte ja an der schulter oder irgendwo am oberarm war es letzte woche da war ein pflaster drauf und dick ist das ging nach und nach ab das wurde irgendwie immer also sowas stört mich irgendwie die können da bluten wie sie wollen aber wenn da so ein halbes pflaster rumhängt irgendwie fand ich das eklig egal es gibt ein spier es gibt den hurtlock es gibt keinen einroller ich weiß nicht warum es war ein helden cell match es gibt keinen einroller nein hurtlock xavier woods gibt auf ja und dann so wie es sein sollte am ende haben sehen wir dann noch wie mvp sich mit in die zelle einschließt und xavier woods wird weiter im hurtlock behandeln und kofi kingston der muss sich das dann mit ansehen ja das ist das was ich meine das ist der einzige moment wo ich gesagt habe ja okay der käfig hat jetzt mal sinn gemacht da hat man es noch mal genutzt so gesehen ist das okay wie gesagt es ist kein main event für mich und das ist schon gar kein match in das ich investiert bin als fan weil ich ja sowieso weiß was jetzt passiert ja und deswegen halte ich es nicht für richtig so etwas als main event zu machen und schon gar nicht wenn man das immer wieder beim thema lashley jede woche wieder zeigt ja das hat man mit schul mackenthaler schon getan die letzten monate das immer wieder beim thema mach es doch mal ein bisschen knapper ja zeigt doch nicht ständig deine große stars wenn es einer sein soll sondern stell die nicht gegen irgendwie random dudes und dann noch ein käfig großes stipulation im main event dann lasse ich den wegräumen und gutes ja im opener die reden wochenlang davon dass israel woods ja das ja der stein am bein von kofi kingston sein soll und dann stellt man ihnen im main event nee kaufe ich nicht so match wie gesagt okay aber der rest ist mir auch ziemlich egal es ist wieder so dieses fechten moment gewesen das interessiert mich einfach nicht mehr irgendwann kriegst du problem mit der fechten division ja das sagst du jetzt mal hat sich doch keiner gemeldet so ja meldet euch roi ist aber natürlich nicht zu ende aber am ende kommt nämlich drew mackenthaler noch mal raus der hält eine kurze promo irgendwas mit sean connery und fordert bobby lashley zu einem wwe title match nächste woche bei roi heraus mvp nimmt das natürlich an aber diesmal dann wirklich ganz in echt zum letzten mal er dem pierce zögert kurz sagt dann ja aber nur wenn es ein candlestick match on a pole match dingens wird blöder was hast du dazu hä ich hatte es nicht passiert klein spaß gemacht klein spaß gemacht nein naja aber ich habe gerade kurz gezweifelt an mir naja aber das ist das ist wie gesagt wir haben ja schon das loser lief's money in the bank nee geht doch noch mit money in the bank er kriegt seine last chance auf alle fälle er kriegt noch mal eine letzte chance aber diesmal wirklich die allerletzte dann ist wirklich gut das war doch eigentlich war doch eigentlich eine ganz okay show also jetzt so negativ haben wir jetzt nicht da aber es waren natürlich also diese beiden frauengeschichten da was wir da erzählt haben da stimmt so viel leider wieder nicht aber ansonsten ich fand's gut naja so doof das jetzt klingt raw war das bessere hell in the cell das klingt gescheuert ist aber so also wenn es raw money in the bank raw ist einfach besser als nur hell in the cell ja also wenn weekly ja besser ist als der pay-per-view dann muss man sich die frage stellen war jetzt raw unendlich gut nein war es nicht also war hell in the cell einfach unendlich schlecht so das ist so eine quintessenz die man mitnehmen muss wie gesagt die langen wochen bis zu money in the bank es sind jetzt halt noch drei wochen drei lange wochen die man füllen muss da hat man für mich ein bisschen viel ausgefeuert ja das war eine solide und vielleicht sogar eine richtig gute raw episode da bin ich bei dir dennoch wie gesagt die angesprochene logik lücken text szene ist halt unterbewertet auch die us champion szene das ist das sehe ich einfach so ein bisschen als wer muss drauf man opfert halt gerade zu viel für eine stipulation für ein für ein theme ja für ein pay-per-view theme wieder mal und übrigens selbst den making raiders ist das ja komplett egal die haben sind zwar number one contender aber die stellen ja keine ansprüche ja gut kann man kann man machen geräumt ja naja aber hat ja auch nichts gebracht ich sagen wir es so wir wollen ja positiv bleiben wir sehen jetzt das was wir gesehen haben und ich habe eine gute raw gesehen und damit hake ich für mich die pandemie zeit auch ab weil in sachen storytelling war das nicht großartig was wir gesehen haben ne ganz im gegenteil das war schwere kost und jetzt will ja auch keine ausreden mehr das war der erste richtige schritt in veränderungen wir haben es erhofft sie haben es uns ein stück weit auch versprochen diese episode war ein guter anfang und jetzt macht bitte weiter bis man in die bank ja bis denn die fans endlich da sind und wenn man bis dahin diese nächsten drei wochen schafft eine ähnliche pace fortzuführen und was zu erzählen in klammern ja das wird schwierig weil man alles rausgehonert klammer zu dann kaufe ich das dann bin ich doch schon zufrieden ich erwarte doch gar keine fünf sterne doch eigentlich schon nein aber du hast ja völlig recht es ist wenn ich money in the bank vor fans habe und das groß hype dann muss jetzt natürlich der money in the bank aufbau entsprechend sein damit ich da nicht mit langweile reingehe wenn du sagst tag division und sowas und us title haben wir jetzt nicht gesehen das hätte man ja gut dazwischen bauen können ganz genau so man hätte ja ein paar von den matches auch noch weiter nach hinten verlagern können hätte nichts dagegen gesprochen dann hätten wir dann heute dann auch nochmal shameless ein bisschen gesehen oder keine ahnung vielleicht macht man es ja auch noch ich meine im endeffekt wie gesagt shameless ist ja jetzt noch nicht involviert aj ist erst mal raus gewesen um dann wieder reinzukommen in das loser liefs ding das kann er ja auch noch verlieren ja also wenn wenn er jetzt wenn du mackenthal jetzt doch noch zu money in the bank geht dann ist er ja da auch raus dann kann er auch wieder tag team action machen zeigt halt nur wie dünn der karte gerade ist ich habe mal nachgeschaut mit reginald ja und der hat nicht gecatcht ja wenn man die viking raiders noch dazunehmen dann sind 22 ja sportler die eingesetzt worden sind wie sagt die viking raiders haben nichts haben nicht gecatcht reggie auch nicht also bleiben wir bei 19 das ist für die drei stunden tv show schon arg arg wenig und das sieht man halt leider ja also zum vergleich wenn wir im euro wrestling eine normale show machen ja dann haben wir minimum 20 bis 25 worker am start und da machen wir keine wilden sachen und keine six man tags oder sonst irgendwas sondern das ist der normale schnitt für eine drei stunden show jetzt will ich nicht das indie wrestling in deutschland mit wwe vergleichen aber das zeigt halt schon ganz gut wo es gerade erhakt ja man hat einfach das problem dass man zu wenigen namen hat und deswegen leiden einfach die kleineren championships drunter und das ist das was sind man was man halt beheben muss und wie gesagt die logik lücken die ich angesprochen habe und das möchte ich noch zum abschluss sagen die schenke ich denen ja die können die gerne behalten die vergesse ich gerne wenn die jetzt einfach abliefern ja diese wochen die davor waren und wodurch diese logik lücken entstanden sind die hake ich ab geben wir positiv die nächsten wochen marcel sei nicht immer so negativ spring über den schatten du kannst noch mal sagen robot gut ich habe penn und stell aus so zerredet ich bin so negativ ich hasse die wwe einfach ja ich kann auch sagen rover gut aber ich wenn ich so etwas immer sage dann ist das immer in dem kontest einer in dem content einer normalen rohr folge wenn ich sage gutes rohr dann ist das immer noch ein mittelprächtiges dynamite in klammern darf ich das sagen ja vielleicht also doch ist halt ich finde es ja sowieso immer gut kommen jetzt sagt nicht immer dass ich alles schlecht red ich finde immer gut und fand diese ich fand diesmal auch gut aber ich sehe natürlich ein dass das jetzt nicht die paradeshow aller zeiten war und die logik lücken sind immerhin so dass wir uns hier drüber lustig machen können und dann finde ich das auch es macht spaß ja ich darf sowieso über rohr reden das freut mich nach wie vor und wenn du nicht wenn man dich jetzt fragen würde marcel wenn man dich jetzt fragen würde marcel ja frag mich helnesel gucken oder raum gibt es nur eine antwort oder ja schon helnesel weil es pay-per-view ist das wiegt schon ja doch aber in grover besser ja aber ich würde trotzdem schreibt gerne mal schreibt gerne mal drunter die kommentare wie ihr das seht also ich würde sagen schau dir bei rohr da bist du besser unterhalten gewesen da hat jedes match und das ist ja nur um seit langer langer zeit jedes match zumindest irgendeinen sinn gemacht das war aber auch nicht schwer das hat sich ja auch irgendwie von alleine gebuckt aber trotzdem wir nehmen den moment der ist wir freuen uns das ist nie schwer aber diesmal war es halt so und das muss man auch mal heraussehen und trotzdem hat mir noch zwei awards ne flöter ich wollte schon abmoderieren ach so ja stimmt schon wieder vergessen ja reginald ist natürlich absolut der 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 volltrottel also der wieso der hat sich doch gegen die hypnose gewehrt der hat sich doch mit den mit den großen augen immer noch nicht verstanden der hat wieder reichnen vollfost moment des tages reginald eindeutig du hast dich nicht vorbereitet du hast jetzt nur reginald war das der einzige der dir einfällt ne weil er auch eineinhalb jahre braucht um festzustellen dass irgendwas mit alexa bliss nicht stimmt das ist wie gesagt scherlock moment dafür ist hat das einfach verdient und mvp ja naja gut also nicht mvp sondern wie heißt er vor wie lashley vermutlich nein nein ist der wort die goldene flöte die goldene flöte so da wird es schwierig ich muss ja eigentlich fast rico schön denn ganz ehrlich der kommt aus dem nix der war vor paar wochen noch bei heat ja der hat ein bisschen mit mit james rumgecatcht und dann macht damit mit mit aj also und gewinnt das ding auch noch geht da rein und wir sagen alle ja warum denn nicht also das ist okay da gibt es die awards immer sehr merkwürdig aber gut ja wer hast du genannt lashley wieder oder was die poppy lashley hat ein hell in a cell match heute gewonnen nachdem er gestern ja gegen den mit kader ja aber trotzdem hat er ein hell in a cell match gewonnen gegen den mit kader besser als ricochet gegen den witz mit kader gegen den clown vollfost moment des tages geht an alexa bliss natürlich weil die komplett vergessen hat dass die alexa bliss ist sie hypnotisiert zwar noch ein bisschen aber sie ist eine tagteamwrestlerin die rausrollt wenn andere kämpfen ach jetzt kommt du redest auch alles schlecht egal ich wollte eh schon abmoderieren also für die statistik wir haben es jetzt drinnen ricochet und reginald das ist ja eh dein ort ich mache das respekt noch besser denkt noch mal liebe leute an die 300 daumen nach oben ja wir wollen den flöter singen hören und alles was dazu gehört denkt an die abos denkt an patreon denkt an hört euch die review auch noch mal auf spotify an oder auf youtube je nachdem wo ihr jetzt gerade seid vielleicht so da sind wir am ende flöter darf noch was sagen und ich bedanke mich ich sage dankeschön und auf wiedersehen wir haben schon relativ lange wie gesagt war gutes wo kann man machen hat wieder mehr spaß gemacht als die wochen davor und das ist die kürze setzt die ich mit rausnehme und da bin ich doch schon zufrieden ich bin doch ich bin doch ich bin doch ein positiver mensch ja positiv weiß ich kann ja auch sehen dass er schlecht ist und dann tag später wieder sagen das war cool und das sollten wir uns beibehalten ja wir schauen jetzt hier und jetzt wir vergessen alles was vorher war macht wie genauso ist auch manchmal nicht so schlimm damit bin ich raus gw genug wrestling tschö mit oe da habe ich alles gejobbt was ich jobben kann ich bin raus ja